Es ist soweit. Wir haben endlich wieder Extremsport. Wir freuen uns sehr auf die deutschen Meisterschaften. Stand to your timber. Three, two, one, go! Robert Ebner, der war sehr, sehr früh, sehr früh im Holz. Genau getroffen, das gibt Sicherheit. Jetzt der Aufwärtschnitt und der ist schnell, der ist richtig schnell! 14,16, das war er. Moment, die Bestzeit hier in dieser Disziplin. Danny Martin wird diese Disziplin gewinnen. Und dabei ist die deutsche Meisterschaft wieder brutal spannend. Jetzt geht's los. Überragend! Weltrekord! Weltrekord! Weltrekord!